Herzlich willkommen bei Lasermed. Ich bin Privatdozentin Dr. Milena Palitsch und habilitierte Fachärztin für Augenheilkunde. Als größtes Augenarztnetzwerk in Berlin und Brandenburg können wir unterschiedliche Methoden zur Verbesserung ihrer Sehqualität anbieten. Heute möchte ich Ihnen die Methode Linsentausch oder kurz CLE vorstellen. Dieses Verfahren hat seinen Ursprung in der Grauen-Starr-Operation, der häufigsten Augenoperation in Deutschland und weltweit. Wie der Name Linsentausch schon sagt, wird hierbei die körpereigene Linse durch Premium Linsen ausgetauscht. Sollten Sie sich für Multifokallinsen entscheiden, ist nach der Operation auch ein dauerhaft brillenfreies Leben möglich. Bei Lasermed führen wir das erfolgreiche Verfahren immer in drei Schritten durch. Voruntersuchung, Operation und Adaption. Der erste Schritt ist die Voruntersuchung. Hier vermessen wir Ihre Augen. Dabei nutzen wir über sieben moderne Geräte, um ein umfassendes Bild Ihrer Augen zu bekommen. Sind alle wichtigen Werte erfasst, kommt es zum direkten Aufklärungsgespräch mit mir oder einem anderen Augenarzt. In dem Gespräch gehe ich besonders auf Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen ein. Denn, und das ist sehr wichtig, nur wenn Sie alle Möglichkeiten und Vorteile der verschiedenen Premium Linsen kennen, können Sie auch die richtige Entscheidung treffen. Wenn Sie sich nun beispielsweise für eine dauerhaft brillenfreies Leben mit Multifokallinsen entschieden haben, beginnt der zweite Schritt. Die Operation. Der Linsentausch selbst dauert meist nur 20 Minuten. Trotzdem sollten Sie am Tag der Operation mehr Zeit einplanen, denn zur Vorbereitung und Ihrer Entspannung bekommen Sie vorab ein Beruhigungsmittel und werden dann kurz vor der OP von unserem Anästhesie-Team in einen Dämmungsschlaf versetzt. Wir haben uns für diesen entspannten Vorlauf entschieden, um unseren Patienten, die verständlicherweise aufgeregt sind oder sogar Angst haben, aktiv zu unterstützen. Ist die OP fertig, werden Ihre Augen nochmals untersucht, bevor Sie dann zusammen mit Ihrer Begleitperson die Augenklinik verlassen können. Kommen wir zum dritten und letzten Schritt der Adaption. Diesen Schritt geben Sie dann schon größtenteils von alleine. Ihr Körper gewöhnt sich an das neue Sehen und Sie werden Augenblicke ganz neu erleben. Bei den Nachuntersuchungen berichten meine Patienten meist von Wow-Momenten, bei denen auffällt, dass sie scharf sehen können und das ganz plötzlich ganz alleine und ohne Brille. Da wir Menschen alle unterschiedlich sind, kann diese Adaptionsphase von einigen Tagen bis mehreren Wochen andauern. Für möglichst schnelle Fortschritte empfehle ich meinen Patienten immer Ihrem Körper auch die Zeit und die Ruhe zu geben, die er benötigt, um sich an das neue Sehen zu gewöhnen. Selbstverständlich kontrollieren wir Ihre Augen in dieser Zeit in geregelten Abständen und stehen Ihnen jederzeit für mögliche Fragen zur Seite. Vielen Dank und auf Wiedergutsehen.